Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Das... äh was? Jetzt wollte ich das schwarze Auge sagen, aber nein, es ist nicht das schwarze Auge, es ist... Auch! A story about my uncle. Ähm. Haben wir jetzt mal hier aufgehört? Ich hab... Ah, da war kein Wahrscheinlich-Könn-Speich-Gepunkt. Erstmal wieder reinkommen, ne? So. Ich hab jetzt keine Ahnung, wie wir darüber kommen sollen. Ich hab echt keine Ahnung. Könnt' ich... Hä? Wie könnte ich da noch... Wie könnte ich da rüber kommen? Hä? Ich hab überhaupt gar keine Ahnung, wie ich da rüber kommen soll. Bitte. Oh! Oh, was ist das? Die Stiefel. Schau! Könntest du die Stiefel wehren? Welche Stiefel? Rüste deinen Anzug auf. Sie sehen ziemlich körperlich, oder? Hä? Die Windmühlen waren aber... Hm? Hä? Waren die Wind... Die Windmühlen waren nicht so nah hier, oder? Verstehe ich jetzt nicht. Die waren ganz sicher nicht so nah. Hm. Weiß ich nicht. Weil ich... War das einfach... Wollte ich einfach grad mal so machen. Und dann ist mir währenddessen aufgefallen, wie geht das so? Und dann haben wir es so gemacht. Aber wir gehen jetzt mal zu den Stiefeln. Ich weiß auch nicht, wo die sind. Wahrscheinlich da oben. Ja. Mit Raketen dran. Rüsten wir die doch mal aus. Kann ich jetzt höher springen? Äh. Weiß ich jetzt nicht. Wo kann ich da laufen? Ich weiß nicht. Was mach ich denn? Steht da nicht irgendwas? Nur Steine und so drin. Schade. Ah. Now you gotta try them out. Ah. Wee! Ha 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 ha. This is awesome! Wee he he he. Wah wah. Wah wah. Es war. I don't know how to describe the feeling of bursting through the air. Like a bullet. So fast that my eyes watered. And my belly was full of butter. Butterflies. Never fully in control. But still feeling like the coolest kid in the universe. Ha. I guess I just described it, didn't I? Butterflies. Das während du in der Luft bist. Das da. Ja. Boah. Das ist, das ist. That's awesome. Na super. Kann ich denn jetzt nochmal, wenn ich in der Luft bin, das machen? Ne. Das geht nicht. Wahrscheinlich kann man das nur einmal machen, bis man wieder den Boden berührt. Oh, hä? Was bringt's so komisch? Das wäre logisch. So, jetzt fliegen wir nochmal schön nach vorne. Okay, das Ding kriegen wir noch. Und jetzt da drauf. Ja, da gab's einen kleinen Henker. Hm. Gibt's da oben denn was drauf jetzt? Auch nicht. Fliegen wir einfach mal ganz rüber. Ein Spitzhack ist auch da. Aber ich vergesse noch zu sagen, ich bin ein bisschen erkältet. Es könnte sein, dass ich die Aufnahme ein bisschen vor aufhöre. Weil ich erkältet bin. Ich glaube, da geht's zum neuen... Ne, doch nicht. Das ist aus, als würde der irgendwie zum neuen Level gehen. War da überhaupt ein Speicherpunkt? Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege. Wapp. Super. Komm, dann drauf. Yes. Okay. Ich glaube... Nein. Nein. Was? Achso, doch nicht. Soll das mich von ganz vorne wieder machen? Ich glaube nämlich, ich brauche da gar nicht den Raketen-Ding. Ach. Wenn man halt trifft, ne? Das ist dann auch noch so eine Sache, das Treffen. So, springen wir da mal ganz Autsch-lässig rüber, aber... Laufen wir erstmal dagegen. So. Wohin jetzt. Nein. Ja. Oh, war das knapp. Boah, es wird schon... Es wird jetzt wirklich... Jetzt wird's echt schwieriger. Hey, der Stein sieht ja... ...richtig nah aus. Okay. War da ein Speicherpunkt? Ich glaube nicht. Okay. Ich war schon in der Versuchung, den Raketen-Ding anzumachen. Nein. Komm, gib Gas. Schaffst du noch, schaffst du noch. Nein. Ich habe irgendwie das Gefühl, mit dem Ding fliegt man irgendwie nicht so weit. Oder das kommt eigentlich so vor. Ah, super. Äh, springe weiter in den Industrie für Spät. Aktivierst du ein Ziel hoch über die Plattform. Mhm. Jetzt müssen wir hier erstmal rüberkommen. Ach. Hä? Miau. Ziel hoch über die Plattform. Genau. Oh, nee. Da drüben kommen schon drei Windmühlen. Naja, supi. So, Nummer eins. Nummer drei. Äh, Nummer zwei. Jetzt, jetzt, jetzt. Ja. Es klappt. Stark. Na, super. Nein. Warte mal, ich könnte das eine Ding vielleicht überspringen, dann könnte ich mich leichter tun danach. Muss halt treffen, ne? Oh, ich merke schon meine Stimme ein bisschen. Ach, ich glaube, da kommen wir gar nicht hoch. So, next drive. Nein, das war doch genau getroffen. So, ab. Nein, warum... Jetzt hab ich gedacht, wir landen drauf. Landen wir doch nicht. Und Rakete. Komm, lass mich da drauf. Na, super. Hm. Ach. Mann. Jetzt häng ich wieder bei so einem blöden Kleinen rum. Nein. Komm, ja, es klappt. Ich würde gerne so Sachen wie das machen, mit Krystalen. Nur denk auf die Möglichkeiten. Alle Maschinen sind durch sie geholfen. Ich kann es fast nicht glauben. Das ist cool, das ist halt, wenn wir da drin sind. Aber hier ist immer noch kein Speicherpunkt. Warte, jetzt müssen wir gucken. Oh, ich glaube, es wird härter. Es wird... Hä? Und wohin jetzt? Hey, jetzt fliege ich da knapp drüber. Oh Mann. Wir haben uns doch gerade noch so gerettet, ne? Und fliegen dann da runter. Was? Ah, verarsch mich halt. So, allzu schwer war das eigentlich gar nicht. Was? 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 Jetzt fliege ich da hinten drunter. Hinten drunter. Hinten drunter. Da hinten einfach runter. Hinten drunter. Hinten einfach drunter. So. Jetzt haben wir noch zweimal ziehen übrig. So. Und wir rennen weiter. Komm. 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 Ja. Ja. Sehr stark. Äh. Wohin nun? Darüber. Sieht so aus, müssen wir da erst die Rakete benutzen. Okay, vielleicht doch nicht. Und nun? Okay, das schaffen wir nicht. Aber darüber, glaube ich. Ich habe gerade schon wieder gedacht, ne? Wir müssen wieder von vorne anfangen. So, hopp. Und nun?